Hallo, ich möchte euch unseren Bonum Bono Mirabellenbrand vorstellen. Ein klares Destillat, das wenn wir im Glas haben und daran riechen, in der Nase mit einer üppigen Fruchtsüße, einer leichten Steinnote rüberkommt. Man kann riechen, dass die Frucht auf dem Höhepunkt der Reife geerntet wurde und sehr sympathisch rüberkommt. Im Geschmack, wenn wir es dann auf der Zunge haben, eine gute Balance aus Fruchtreife, Steinen und Süße, leicht sahnig und mundfüllend. Im Nachkrank wird er sahniger wie Kompottfrüchte. Er hat 40% und es gibt ihn in den Flaschengrößen 0,7, 0,35 und 0,05 Liter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017